Diese ganze Immigration ist eine Angelegenheit für Schwächlinge. Diese Leute in ihren südfranzösischen Badeorten oder wo auch immer kommen sich wie Märtyrer vor, sind aber nur Deserteure. Wir hier stehen an der Front. Die da draußen drücken sich in die Etappe. Es ist ein Opfer, welches ich bringe. Das Schwerste. Es ekelt mich. Es hat auch gar keinen Sinn. Die anderen sind doch viel stärker. Bei ihnen sind alle Chancen. Was verlangen sie denn von mir? Soll ich den Niagara-Fall mit einem Regenschirm aufhalten? Halten sie das für ein aussichtsreiches Unternehmen? Es ist bitter und auf die Dauer lächerlich, den Don Quixote zu spielen. Ich habe Sehnsucht nach der Insel, die so weit entlegen ist, dass auf ihr all dies, womit wir uns quälen, sich auflöst und keine Realität mehr hat. Lass mich einfach ausschlafen. Na geht doch. Ich habe erst wieder mit dem �oh occurring. Die Dauer f 소리 drillingt. Die Dauer. ierige Halter. Were Sie imge